Im bosnischen Grenzgebiet zu Kroatien haben sich mittlerweile die Kämpfe verschärft. Kroatische Einheiten rückten heute weiter gegen die Serben vor und nahmen die Stadt Brosansko-Grahovo ein. Auch Glamoc soll bereits erobert worden sein. Damit wären wichtige Gebiete zwischen der serbisch besetzten Krajina und Bihaj unter kroatischer Kontrolle. Die UN warnten vor einem Übergreifen des Krieges auf Kroatien. Die Serben sind nach letzten Berichten dabei, tausende Zivilisten aus der Frontregion in Sicherheit zu bringen. Und nun noch einmal zur Geiselnahme in Köln, Berichte unserer Korrespondenten. Heute Nachmittag, genau 17.44 Uhr, ein Sondereinsatzkommando der Polizei stürmt den Geiselbus.